Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extra-Portion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode meines Gesunde Häppchen-Podcasts. Gestern haben wir ja bereits über Säfte und Smoothies gesprochen und du weißt jetzt, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dein sauber verdientes Geld in abgekochte, nährstoffarme Säfte und Smoothies zu investieren, da diese dir einfach nicht das liefern können, was du für eine gesunde Ernährung brauchst. Und ich habe dir ja auch versprochen, dass ich dir einen Tipp geben möchte, welche Produkte du kaufen kannst, wenn du nicht schon ein Gerät hast, die einfach diese Zwecke erfüllen. Und ich habe jetzt hier zwei Produkte, die ich selbst seit Jahren verwende und die ich dir auf jeden Fall guten Gewissens weiterempfehlen kann und die meiner Meinung nach auch jeden Cent wert sind. Und zwar habe ich einen Powerblender oder man sagt mittlerweile auch Multifunktionsmixer dazu von der Firma JTC, der heißt OmniBlend V für 5. Den gibt es bei Amazon zu kaufen, derzeit für 208 Euro im Angebot. Der hat einen 3 PS Motor, also ausreichend Power für grüne Smoothies. Ein 2 Liter Behälter aus Tritan, der ist natürlich BPA frei, also frei von Weichmachern. Wenn es einfach mal mehr sein soll, denn vielleicht machst du nicht für dich allein, sondern für die Familie Smoothies. Der ist sehr vielseitig, du kannst damit also nicht nur Smoothies, sondern Nussmehle, Nussmilch, Nussmüsli, Bulletproof Coffee, Ice, Crushed Eissuppen, Soßen, Shakes und vieles mehr machen. Er hat viele Einstellmöglichkeiten und du bekommst ein Gratisbuch mit dem Namen grüne Smoothies mit dazu. Außerdem bekommst du einen Nussmilchbeutel. Ich persönlich habe den am Anfang sehr häufig verwendet. Mittlerweile stelle ich meine Milch anders her. Das verrate ich dir bei einem anderen Podcast. Außerdem hat das Gerät 5 Jahre Garantie und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, einen super freundlichen und zuverlässigen Support. Ja, wie schon gesagt, derzeit für 208 Euro bei Amazon zu bekommen und natürlich gibt es Vitamix, die kosten 500 Euro oder 800 Euro und mehr, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das reicht vollkommen aus. Wenn du jetzt nicht gerade in die rohköstliche Ernährung 100% einsteigen willst und sagst, wenn ich investiere, dann einmal und dann richtig, dann mag vielleicht der Vitamix nochmal ein paar kleine Bonis mitbringen. Ich persönlich bin zufrieden mit dem JTC. Wichtig ist nochmal Smoothies, die werden nur dann wirklich cremig, wenn du eine Zutat hinzufügst, die wasserlösliche Ballaststoffe enthält. Zum Beispiel mache ich gerne Banane rein. Du kannst aber auch Apfel, Mango oder Birne reinmachen. Lass deiner Kreativität also freien Lauf. Bedenke aber, dass dein Smoothie sehr zuckerhaltig ist, wenn du nur Obst verwendest. Ich empfehle dir daher, grüne Smoothies mit vielen Kräutern und grünem Blattgemüse zu machen und diese mit einer kleinen Portion Obst zu verfeinern. In dem beiliegenden Buch, das du mit dazu bekommst kostenlos, da findest du auch schon jede Menge Rezeptideen. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht irgendwelche Ideen in den Raum werfen. Jeder hat schließlich anderen Geschmack. Außerdem packe ich dir noch ein kleines Vorstellungsvideo in die Shownotes von der Firma JTC, wo die so ein paar Rezepte nachbauen und dann auch beschreiben, was da alles so reinkommt, damit du siehst, was das Gerät wirklich drauf hat. Okay, kommen wir zum Entsaften. Wenn du jetzt keine ballaststoffreichen Smoothies haben willst, sondern dich mit der geballten Power von Nährstoffen boosten willst, man sagt ja heute sogar dazu Rohkost-Shot, dann empfehle ich dir einen Entsafter. Vor allen Dingen auch deswegen, weil man damit viele, viele andere Dinge machen kann, die jetzt so im klassischen Sinne mit dem Entsaften nichts zu tun haben. Mein Entsafter, den ich jetzt auch schon, weiß ich nicht, zwei Jahre oder länger habe, kommt von der Firma Sana und heißt Omega 707 oder 707. Den kannst du bei Amazon kaufen, dort leider derzeit nur in, glaube ich, zwei Farben. Ich habe den nur in Ferrari Red gefunden. Ich werde dir aber auch einen Link zu einem Partner von mir reinpacken, der die Geräte in allen Herstellerfarben anbietet. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Horizontal-Entsafter. Das heißt, die Welle liegt horizontal in dem Entsafter drin und nicht wie bei den Aldi- und Netto-Geräten, die man überall kaufen kann für 25 Euro, wo du von oben dein Obst reinwirfst und dann so rein stampfst, sondern hier wird das nicht nach unten zentrifugiert, sondern horizontal entsaftet. Ja, der ist wirklich einfach zu bedienen und das Wichtige ist, er hat nur 70 Umdrehungen pro Minute. Das bedeutet, es gibt keine Wärmeentwicklung. Die schonende Entsaftung ist dadurch gewährleistet, ohne dabei Vitamine und Enzyme durch Hitzeeinwirkungen zu zerstören. Falls das Ding mal verstopft, dann hast du einen Rückwärtslauf, um auch wieder alles rauszubekommen aus deinem Entsafter. In meiner Erfahrung hat er eine ziemlich hohe Saftausbeute. Ja, es gibt da natürlich Geräte, die noch viel mehr Saftausbeute haben, aber die kosten dann auch schnell 1.200, 1.500 Euro. Auch gute Erfahrungen gemacht habe ich mit der Schaumbildung. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie sehr du entsaftest und wie viele verschiedene Sachen du da reinmachst. Vor allen Dingen Zitronen und Zitrusfrüchte, die tendieren zum Schaum, weil er dieses Wellenprinzip einfach dann auch beim Pressen so ein Schaum entstehen lässt. Das ist aber dann keine Qualitätsminderung. Was also ein absoluter, super toller Fakt ist, ist, das Gerät lässt sich sehr, sehr leicht und super schnell reinigen. Schließlich will man beim Entsaften nicht eine Stunde danach noch putzen. Deswegen auch da bin ich super zufrieden mit. Alle Teile sind natürlich BPA-frei. Außerdem bekommst du eine Menge Zubehör. In dem Fall einen Pasta-Aufsatz, ich glaube drei oder vier Stück. Du bekommst ein grobes und ein feines Sieb, je nachdem, ob du mehliches oder festes Obst entsaften willst oder mehlige oder feste Obst- und Gemüsesorten. Du hast einen geschlossenen Aufsatz, um da zum Beispiel Salsa mit herzustellen, Babybrei oder Nussbutter oder eben auch verschiedene andere Dinge, die man so durch den Entsafter schicken kann. Es ist ein Tresterbehälter dabei aus Edelstahl, der sehr schick aussieht. Außerdem eine schöne Saftkanne mit einer Mengenangabe, die aus Glas gefertigt ist und eine sehr, sehr stabile und zuverlässige Reinigungsbürste. In meinen Augen hat er auch ein echt sexy Design. Es gibt ihn in vielen Farben, wie schon gesagt, bei Amazon leider nicht in allen Farben. Jetzt kommt der einzige Wermutstropfen, das Gerät kostet derzeit 409 Euro. Ist also kein Pappenstiel, sondern eher ein Lifetime-Investment. Was auch damit zu begründen ist, dass der Hersteller einige Jahre Garantie auf die klassischen Teile bietet, also den Motor und das Gerät an sich. Natürlich nicht auf die Plastikteile, weil die kann ja jeder runterschmeißen und sagen, oh Garantiefall. Irgendwann, ja, ich habe das noch keinen Moment bereut, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen kann ich dir so ein Gerät, wenn du investieren willst, auf jeden Fall empfehlen. Bei den Säften solltest du ebenfalls viele grüne Zutaten verwenden und diese mit ein wenig Obst versüßen. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du dich recht schnell an den puren Geschmack gewöhnt hast und dir die Süße nicht mehr fehlen wird. Rezepte gibt es unendlich viele und es würde diesen Podcast sprengen, der jetzt ja schon bei fast 8 Minuten reiner Sprechzeit liegt, wenn ich dir jetzt alle meine Lieblingsrezepte aufzählen würde. Daher werde ich dir ein Buch namens Supersäfte verlinken, sowie den YouTube-Kanal der EU Juicers, die dir vor allen Dingen auch zeigen, was man noch so mit einem Entsafter machen kann, außer Säfte. Ich liebe zum Beispiel die Salsa Mexicana aus frischen Tomaten, Zwiebeln, Chili und Knoblauch, die in der Grillsaison unser absoluter Favorit ist und lecker zu Steaks und Grillgemüse schmeckt. Schau dir das auf jeden Fall mal in Ruhe an und triff deine Entscheidung. Gesunde Säfte, gesunde Smoothies, das funktioniert am besten mit diesen beiden Geräten, zumindest nach meiner Erfahrung. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Ausprobieren und lass dir die gesunden Säfte schmecken. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Shownotes unter palio-lounge.de slash gh. Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de slash gh20 die Shownotes der Episode 20. Wenn dich der heutige Impuls weitergebracht hat, dann gib mir bitte ein Feedback und schenke mir deine Rezession auf Facebook oder iTunes. Wie das funktioniert, erfährst du in meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung unter palio-lounge.de slash podcast minus bewerten. Diese Bewertung ist wichtig, damit auch andere Menschen von den gesunden Häppchen probieren können, um ihre Gesundheit auf ein neues Level zu bringen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg zur besten Version von dir. Bleib gesund und bis bald, dein Sascha Röhler. Das ist unsere Bewertung. Bis bald, dein Sascha Röhler. Bis bald, dein Sascha Röhler. Das ist die Frage, dein Sascha Röhler. Untertitelung des ZDF, 2020